jo leute willkommen zurück zu einer kleinen runde paladins mit der willow und mein zweitliebster lieblingschar ist auch dabei die evie zweimal dreimal sogar nämlich einmal als kommentator und jeweils im team einmal und ja ich habe die ganze zeit vergessen evie als kommentatorin einzustellen sollte mich was schämen ich erwarte mir viel von balutzer also unsere evie da bin ich echt gespannt was der so reist mit der guten evie also ich mag evie wirklich die ist sie ist wirklich mein erster char gewesen den ich wirklich gut konnte und ich glaube ich hier setzlinge okay diesmal gehen wir einmal auf die flinkheit und ihr seht schon wie schnell ich bin inzwischen liegt aber ne habe ich gar nicht doch da ist es wird ein lauf tempo außerhalb des kampfes um 40 prozent eine meiner absoluten lieblingskarten weil ich super schnell wegkomme wenn ich mal aus dem kampf raus bin ja wohl super cool also ich stehe drauf auf die auf die wie kommentatorin allechen dann knatsch wo und und oh cool ich war der erste der kill erwischt hat und auch der kill geht auf meine kappe äh äh ach schade okay 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 hallo evie schade das war mein kill nein also da hat er für gearbeitet unsere evie hat da echt hart für gearbeitet so ich unterstütze mein nara so geht ein bisschen schneller dann warum warum mache ich jetzt hier gerade einen auf tank hallchen hab dich boom klatsch hi sehr schön hab ich den jetzt ernsthaft durchgepusht äh das war überraschenderweise ziemlich einfach oh ich liebe es so schnell zu sein schade dass ich es nicht immer sein kann also nicht die ganze zeit sondern nur außerhalb vom kampf so aber das sollte ich sowieso eigentlich die meiste zeit sein außerhalb eines kampfes ich möchte eigentlich mit zwei drei zwei drei äh schuss möchte ich direkt den kill haben und gut das eigentlich die setzlinge äh schmeißen und dann äh einen schuss abgeben die setzlinge explodieren zweiten schuss abgeben die zweite leitung setzlinge explodiert tot gibt glaube ich nichts was das aushält wenn alle oh hi hallo da ist meldamba ja ist okay boah die ist schnell hat die ja die hat wurm noch die hat echt das wurm noch okay meldamba ist tot zack 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 hier da stirb hi okay okay gegen den sinn hat's keinen sinn okay das problem ist er kontert mit zu viel moment ist die kann man wieder aufsteigen also früher konnte man das das weiß ich in der in der alpha war das glaube ich vielleicht auch ich glaube sogar noch zeiten in der beta ging das hi klatsch klatsch so you actually shot me so zack das war okay okay what the der hat voll auf mich gewartet der hat voll auf mich gewartet scheiß ansage kollegen gut ich bin selber schuld wenn ich drauf höre ich bin selbst schuld wenn ich drauf höre ich bin selbst schuld wenn ich drauf höre good game ach ich mag rollo ja das war klar ja das war klar ja wait what zack alter gefatter ey wie die mal rasiert hat ey hahaha ich find's super ich muss ehrlich sagen ich find's super boah nur wir nur wir hier niemals sonst boah das nenne ich rasiert das nenne ich ganz hart rasiert das muss ich wirklich sagen also boah ich hab nur 13k damage gemacht ich könnt kotzen ey Leute 3 3 3 jawoll wir kamen kaum wir kamen zu fast gar nichts ey die Eevee hat hier alles gerockt und die hat die soo hart da hinten drin gehalten da hat die 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 kamen nicht mal raus die hat 6 grad der match gemacht scheiße die Eevee hat 9,5 what ey das ist ja mal awesome das ist super geil das ist wirklich geil gemacht also respekt Props an die äh an die Eevee ich muss sagen das war eine der schönsten Runden die ich seit langem gesehen habe Leute wenn's euch gefallen hat liked her lassen würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns das nächste Mal oh ich möchte ich möchte das dick von ihr aber noch wissen ah der Genos hat auf jeden Fall schon mal alles okay die Eevee hat blindzern aufprall mh Kühlfeld nach dem äh äh okay das ist wichtig weil wenn jemand auf den äh Dings zielt ist das scheiße weil er ziemlich viel damage kriegt das ist ziemlich stark und die Reihe ja okay kann ich auch nachvollziehen gut Wurmloch Wurmloch um äh auf 6 ja ist gut okay Leute haut's rein bis zum nächsten Mal ciao ciao